Even when we never had a penny, yo, we always had spirit. Gambia is known as the smiling coast. They are just so crazy about the sports that they love. They are so passionate. Doch der Fußball in Gambia steht vor großen Problemen. Er hat die ganzen Sponsor genommen, das ganze Geld und drumherum. Und am Ende ist er nicht mehr wie die Manchester-Züge nach Gambia zurückgeflogen. Bis heute nichts mehr gesehen. Und es war mit einer Motivation für uns zu sagen, wir wollen etwas verändern, wir wollen Perspektive schaffen. Das war letztendlich der Grundbaustein für BK West United. Academy is the only way out and is the best form of recruiting people. Man merkt, dass es eine Familie ist. BK West United! Der frühere Nationaltainer Nigerias, Gernot Rohr. Das war eigentlich beeindruckend für mich als Trainer und als Mensch. Der frühere Kapitän, Pamo Dujan. Der mehrfache Gewinner in der Kategorie Künstler des Jahres in Gambia, ST Degambian Dream. Und viele, viele mehr. Dezenzimmer. Hard Work. The Story of BK West United. Wenn wir nicht mehr sind, Cris Best. Spirit